Essex GT 1000 Der Schuh überzeugte durch eine gute Verarbeitung sowie ein schickes Design in drei Farbvarianten. Der Schuh ist vollständig aus Synthetik hergestellt und erlaubt aufgrund der guten Sohlenverarbeitung und des flachen Absatzes auch lange Läufe ohne zu Ermüdungserscheinungen zu führen. Im Vor- und Rückenfußbereich sorgt eine Gel-Dämpfung für ein angenehmes Laufgefühl und eine gute Abfederung. Dies führt zu einer insgesamt guten Gelenkschonung und damit einem gesünderen Lauf, als es bei vielen günstigen Modellen der Fall ist. Auch wird das Einwärtsdrehen des Fußes bei langen Läufen zuverlässig verhindert. Das Obermaterial ist aufgrund der dünne und der guten Passform sehr angenehm im Tragekomfort und umschließt den Fuß sehr eng. Dennoch entstehen keine unangenehmen Druckpunkte, die das Laufverhalten negativ beeinträchtigen würden. Solltest du zu einem Wegknicken nach außen neigen, bietet der Schuh auch hierfür die passende Antwort. Im Außenbereich der Ferse verfügt der Schuh über ein härteres und festeres Material, wodurch ein Abknicken nach außen verhindert bzw. erschwert wird. Dadurch könntest du auch in diesem Falle sicherstellen, dass ein guter Bewegungsablauf gewährleistet bleibt. Solltest du auch im Auf Wetter vrede besser aus dem Handключ� Untertitelung des ZDF, 2020